Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2. Immer noch alleine ohne dem Kizzi. Keine Ahnung wann der mal wieder hier auftaucht. Da ist noch ein Torniserisch Verlass auf ihn. Mal gucken ob er sich mal meldet. Irgendwann. So. Wir machen jetzt erstmal hier die Wand weiter. Dann mauern wir erstmal hier die Wände neu. So. Das hier könnte doch so bleiben. Eigentlich. Hier noch ein bisschen was wegflexen. Oh wohl. Nö. Machen wir einheitlich gerade hier die Wand. Wir haben keinen Sauerstift mehr. Nicht gut. Nicht gut. Auch nicht gut. Ja. Okay. Naja. Wenigstens haben wir jetzt ein leeres Inventar. So. Und sind in unserem belüfteten Raum gespawnt. Wunderbar. Klappt alles. Unser Inventars leer. Huch. Da war der Autosave. Kann man hier mal schnell den ganzen Mist wieder aufsammeln. Wunderbar. Gestehen liegt hier auch noch um. Oh nicht schlecht. Nehmen wir auch noch mit. Okay. Jetzt erstmal wieder aufgeräumt hier. So muss es sein. Dann machen wir jetzt erstmal hier den Scheiß weg. Okay, da auch nur was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich nichts. So, der Schandfleck muss weg. Äh. So ganz weg muss der Schandfleck doch nie. Wir müssen das noch so erstmal lassen. Und das hier nur weg machen. Und. Wir dann so hinterbauen. So. Genau. Äh, die 8 wollte ich. Genau so. Ne, so ne. So. Da wieder. Da kann man wieder. Da kann man auch. So. Na. Wirst du wohl. Genau da hin. Okay, dann muss man da noch ein Stück was weg rohen. Da muss wieder was weg. Ne, aber hier. Okay. Das dürfte schon reichen eigentlich. Probier mal aus. Ja, wunderbar. Komm, komm. Lass dich platzieren. So. Okay. Wesentlich besser. Schon mal als vorher. Das Schicke können wir hier auch so lassen. Müssen wir halt nur noch hier zumachen. Mal gucken, ob das so hinhaut. Also, dass man auch dicht machen kann. Ja, können wir. Wunderbar. So. Hier müssen wir mal ein bisschen was reinzimmern. Da brauchen wir ja nischt. Da kommen ja eh die Dinger erst mal hin. Bis dahin. Das geht. Genau. Hier kommen wir mal ein bisschen was weg. Und da setzen wir jetzt Blöcke hin. Genau. So. So. Hören wir mal weg wegen dem Dinger hier. Genau. Weil das hätte sonst durchgeguckt und das sähe unschön aus. Oh, da schwimmt ist ein kleiner Bubus hier. Oh, weg ist er. Okay. Sieht besser als es vorher. Definitiv. Aber der passt ja nicht ganz rein. Dann müssen wir mal hier rein setzen. So. Und setzen wir da hin. Genau. Das hier lassen wir. Das Stücke, weil wir da auch Röhren befestigen können, wollen müssen. Und setzen wir jetzt hier die Wand erst mal. Mal gucken. Mal gucken, dass wir hier flasht. Nochmal. Ah, hier sind wir. Ja. Dann können wir doch hier nochmal dasselbe hier. Wie hier bauen. Und man hat nur eine Etage drüber. Oh, das ist super. Das ist super. Da bauen wir hier irgendein. Also gucken, klein mal bis wohin, weil allzu hoch sollte es ja auch nie sein. Wir müssen hier eins, zwei, drei, vier, vier, okay. Eins, zwei, drei, vier, vier, bis hierher werden die Scheibe und hier wäre dann, ja, geht. Und das kann man verkraften. So. Und dann müssen wir hier wieder bohren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, okay. Zwei, drei, vier, fünf, okay. Da und da. Jetzt wieder die Schrägen. Da und da. Achso. Äh. Ach, Herr Klau. Mach ich denn. So. Hier muss er hin. Hier soll er hin. Hier ist er. So. Okay. Und da. Hier mal. Nee, da, nee. Na, komm Da sollst du hin Und da und da Und da solltest du eigentlich auch noch Wüssten wir wieder, ne? Okay Ja, haben wir das Gucken wir mal nach Ob wir hier oben ein bisschen was hinsetzen können noch Und da zumindest So Jetzt aber Können wir hier die Decke setzen Genau So Ist das nochmal quasi so als Stücke wird Seht bestimmt geil aus Hier könnte man ja eventuell sogar eine Glasdecke machen Mal gucken Okay, bestimmt auch geil Yo Gleich schon am folgenden Ende sehe ich gerade So Mal eine ruhigere Session Ich habe das Gefühl, wenn wir nie mit Kiezi spielen, dass wir mehr schaffen als ohne Ganz komisch Ganz komisch Uh, was jetzt? Da hat es ein bisschen geleckt So Und da Das passt So weit erst mal Bogen wir uns gleich mal hier rein Und wir sind am folgenden Ende angelangt Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da Einen Daumen oder Abo Oder alles Ich bedanke mich, was zu sehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss